Ja, hier wollen wir unseren Kreppwagen verkleiden. Wir haben so einen Imbisswagen hier umgebaut als Kreppstation an unserem neuen Leineschafgehege. Soll das installiert werden, das nennt sich dann auch am Schafstall mit süßem, aber auch herzhaften. Da kooperieren wir gerade mit Hubertus Borscher, die machen uns da eine Rolle alle dran. Die Jungs sind auch schon eifrig dabei hier zu arbeiten. Das soll nachher so sein, dass man das einfach auf und zu zieht, für einen schnellen Betrieb zu gewährleisten. Das ist zusätzlich zu unserem Imbiss, damit wir dann auch an starken Tagen noch mehr Leute satt kriegen und uns auch kulinarisch ein bisschen weiterentwickeln.